Das ist schwierig, ich schau auch nicht an. Wir haben Flashing Gauge von Skarner. Da braucht Kale, da braucht Kale in die Olden und Qs essen. Guter Hupen von Flash, Charming am Ambrein, Ult drauf. Ash macht so viel Schaden. Vel'kos Ult kommt, aber Vel'kos kommt nicht zu machen. Triple Kill für Ash. Das könnte der Panther sein. Spielt ihn jetzt noch was mit seinem Stylophon am Ende. Aber sie haben Lust, sie haben Lust. Es ist der Panther für Ash. Ash, Ash, Ash! Ash pentern! Das ist der Panther! Wuh, wuh, wuh! Damit kann man doch mal ein Game beenden hier. Der kommt mega high los. Waaayn, der Damage! Waaayn, die Fretter hat hier, da geht die die runter. Waaayn macht Wacken. Waaayn lebt immer noch. Waaayn! 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 Könnt ihr jetzt Schmerz noch haben. Kamil ist ebenfalls da. Hup! Peter, er da holt! Oh, der Schaden von Ophelius und Diana. Gucken euch an! Ophelius, der holt hier den Triple! Und das geht noch weiter! Oh, das ist gerade kurz. Jetzt holt ihr jetzt, ey. Jetzt holt ihr einen Penta. Penta, okay! Mit dem doppelten Gold von Dolla. Schaust. Schöner Dodge von... Rakan ist auch da. Oh, wenn er jetzt den 4K macht, das wär... Oder auch den 5K, das wär's natürlich. Der hat Bock. Der hat Bock, der Junge. Aber er hat ja den Sektor. Er hat den Sektor. Er hat den Sektor. Das ist scheißegal! Das geht trotzdem weiter hier! Guter Hup von Fresh. Haben wir den Schogart-Ult? Reksalon bringt Wissi. Man geht mir da auch noch rein. Oh, mein Gott! Reksalon geht eben mit Reksalon! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Wichtiger Spiel für Eveline. Oh, man versucht's wieder mit der Ult. Man geht rein. Reksalon geht ebenfalls rein. Oh, Reksalon versucht jetzt zu Bursten für das Smite. Oh, mein Gott! Was passiert hier gerade? Ähm... Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott!